Hallo heute habe ich für euch das Mobistell Synos T7. Hierbei handelt es sich um ein Smartphone mit Android, welches ein Display mit 6 Zoll besitzt. Hierbei handelt es sich um ein IPS Panel, das heißt ihr könnt das Display auch in unterschiedlichen Betrachtungswinkeln sehr gut einsehen. Schauen wir zuerst einmal an, was der Hersteller alles dabei packt. Da wäre zum einen ein USB-Ladeadapter mit dem passenden USB-Daten- und Ladekabel, einen In-Ear Kopfhörer, eine Bedienungseinleitung und ein Schutzdisplay. Kommen wir einmal zu den Spezifikationen. Wir haben ein 6 Zoll Display mit IPS Panel, welches bei 1280 x 720 Pixeln auflöst. Im Inneren arbeitet eine Quadro-CPU bei 1,2 GHz. Es sind 1 GB Arbeitsspeicher und 4 GB Flash-Speicher verbaut, den ihr über MicroSD-Karten noch um 32 GB erweitern könnt. Das Synos T7 unterstützt zwei SIM-Karten. Hierzu werde ich mal kurz das Smartphone öffnen. Ich entferne erst die Rückseite, dann den Lithium-Ionen-Akku und hier sieht man schön SIM-Karte 1, SIM-Karte 2 und hier kommt dann die Speicherkarte hinein. Am Movistel sind zwei Kameras zu finden. Eine Frontkamera mit 2 Megapixeln und auf der Rückseite eine Digitalkamera mit 13 Megapixel und LED-Blitzlicht. Interessant ist auch die Taste auf der linken Seite. Wenn ihr den Home-Screen entlockt, also sozusagen entsperrt, könnt ihr mit dieser Taste die Kamera aufrufen und, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, es werden dann bis zu 40 Bilder hintereinander gespeichert. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, 40 Bilder am Stück.